Ferdinand Hirscher, Skischulleiter in Annaberg im Salzburger Dänengau. Wir machen ja am 14. September 2019 in Salzburg einen großen Kongress, bewusst gemeinsam leben. Da kommst du selber hin. Ich habe leider das Problem, dass ich genau zu dem Termin nicht da sein kann. Aber ich habe mir das Programm angeschaut und es sind so viele interessante Projekte und so viele interessante Möglichkeiten, wie man bewusst in der Zukunft zusammenleben kann. Und bitte, liebe Leute, kommt vorbei, schaut euch das an. Es ist sehr, sehr interessant und es hilft uns all miteinander weiter. Tickets, jetzt über Ö-Tickets bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen.